Lukas Höhler holt in den kommenden fünf Bundesliga-Partien mindestens vier Scorer-Punkte. Wollen wir wetten? Nachdem Gregoritsch sich auf der Bank die fünfte gelbe Karte abgeholt hat, dürfte Höhler in der nächsten Partie gegen Hertha BSC wieder ins Sturmzentrum rücken. Klingt schon mal verlockend. Ja, dann kommt zwar der FC Bayern, aber danach warten drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte auf den Sportclub Ostfreiburg. Gegen Bremen, Schalke und auch Köln kann man Höhler ruhig mal aufstellen. Daher schmeißen wir folgenden Hot-Take in den Raum.